Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Men NFL 21 und letzte Woche habt ihr gesehen, wir haben den Super Bowl mit den Denver Broncos geholt und das heißt neue Franchise, neues Glück und es sind nicht die Seattle Seahawks, auch wenn ich mega Bock hab mit denen. Aber noch nicht, denn wir gehen in die Division des Washington Football Teams und ihr werdet es wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen haben, wer es ist, dann gehen wir da mal hin und da sind sie, die Philadelphia Eagles. Dieses Jahr eine miserable Saison und ich will schauen, sind die Eagles wirklich so schlecht? Wenn das glaube ich nicht. Und darum nehmen wir jetzt mal die Philadelphia Eagles, gehen auf League Settings, natürlich spielen wir auf All Madden. Ich lasse einfach mal jetzt, ne, wir nehmen Competitive. Trade Deadline gibt es nicht. Coach Firing ist natürlich an. Trades dürfen alle machen. Relocating machen wir einfach mal aus. Natürlich lassen wir die Injuries an und auch die Pre-Exist Injuries. Die lassen wir auch an. Sonst, äh, sechs, naja, sieben Minuten. Quarter, das war schon ganz gut. Und die Tutorial Pop-Ups machen wir aus. Und dann haben wir alles eingestellt. Speichern das. Indem wir rausgehen. Und das Starting Point wird natürlich die Pre-Season sein. Also starten wir rein mit den Philadelphia Eagles und Doug Peterson. Ja, die Eagles ja nicht. Eine nicht ganz so gute Saison gehabt. Dann am letzten Spieltag noch diese Kontroverse mit dem Runternehmen von, oder dem Banschen von, äh, Jelaine Hurts. Und dafür den dritten Quarterback gebracht. Was ich Ganz ehrlich Auch wenn man dadurch einen, einen besseren Pick oder zwei bessere Picks bekommen hat. Das war ein Zeichen von Doug Peterson an die Mannschaft. So Ich wollte diese Saison mit euch überhaupt nichts reichen. Das ist mir sowas von egal. Und das finde ich geht gar nicht. Und Auf einer Seite kann ich es schon verstehen, dass Die Eagles, auch Äh, die GMs und alles Sagen, ey, den müssen wir loswerden. Denn Ich fand das Signal von Doug Peterson jetzt auch Nicht stark. Auch, äh, im Vergleich Zu seiner Mannschaft, äh, oder für seine Mannschaft Dieses Zeichen Fand ich Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Denn Das geht gar nicht. Denn Für mich, meiner Meinung nach, hätte man dieses letzte Spiel der Season Äh, trotzdem Besser angehen müssen. Und auch zeigen müssen. Gerade, da es auch ein Division Duell war. Und um es auch wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, bis zum Ende fair zu halten Ähm Hätte man es Ähm Meiner Meinung nach halt normal zu Ende spielen können. Und man hätte ja noch mehr Über Jelaine Hurts herausfinden können Und ob er wirklich für nächstes Jahr Der Starter sein kann. Denn Wir haben hier ja bei den Eagles Diese Muss man einfach sagen Geile Voraussetzung Man hat Carsten Renz Einen gestandenen Quarterback Damals, äh, aus der North Dakota State Vom College gekommen Ist jetzt seit vier Jahren in der NFL Ich finde ihn Persönlich jetzt Gar nicht mal so schlecht Wie, ähm Auch viele Philly Fans ihn machen Diese Saison Brauchen wir nicht drum streiten War es eine Miserable Saison von ihm Aber Ich sag's mal so Ohne ihn wären sie nicht in die Playoffs gekommen Klar hat er ab dem Playoffs Nick Foles dann gespielt gehabt Und hat sie zum Superbowl Champion geführt Aber Alles davor hat Renz geleistet Und ich So sehr habe ich mich halt mit dem Superbowl Sieg damals noch nicht Oder auch jetzt immer noch nicht so befasst Aber Ich weiß auch persönlich jetzt nicht Wie viel hat er Dazu beigetragen Äh Als Quarterback An der Seitenlinie Diese Mannschaft zu führen Und Wir haben Jelaine Hurts Jelaine Hurts Rookie Oklahoma Dieses Jahr hochgekommen Da fehlt noch so ein paar So ein paar Kleinigkeiten Aber Wie gesagt Es ist halt seine erste Saison Und Laut Spiel Ist er der 33 beste Quarterback Overall Im Spiel Carsten Renz Ist laut Spiel Der 31 beste Quarterback In diesem Spiel Also Viel Unterschied macht es nicht Aber Ich schaue jetzt erstmal was das Team so braucht Welche Position Und melde mich dann wieder Wenn wir vielleicht Leute von der Free Agent holen Oder Auch nicht Darum Bis gleich So und jetzt Finden wir uns Wieder auf der Free Agent Liste Ich habe ein bisschen geschaut Was wir so brauchen Auf welchen Positionen Wir uns verstärken müssten Mit den Eagles Und da ist der Und da ist der LLB Ganz wichtig Und Ich Sehe gerade Viele Optionen haben wir hier nicht Aber ich finde Kiko Alonso Ich weiß nicht warum Den würde ich gerne mal Bei den Eagles Sehen Hätte ich auch gerne In echt mal gesehen Was der noch kann Der Junge Also holen wir uns mal Kiko Alonso Für dieses Jahr Gehen auch gleich weiter Zur nächsten Position Und das ist der RLB Und dort Hohen wir uns Preston Brown Auch Nein Nicht mal Preston Brown Ich glaube Darren Lee Ja Darren Lee Holen wir uns hier Finde ich auch nicht schlecht Kein Schlechter Mann Muss ich sagen Und dann gehen wir Zur nächsten Position Und dort Nehmen wir uns Ein bisschen Geld In der Hand Und zwar Earl Thomas Der dritte Ein Biest Einfach Ein Biest Also der Dass der leider Keine Franchise mehr hat Auch wenn er rechts Ich weiß Es ist nicht Earl Thomas auf dem Bild Aber wir holen uns ihn Auf der Free Safety Position Dann gehen wir nochmal Zur Strong Safety Position Und dort haben wir Leider Muss ich sagen Keinen der mich Wirklich Anspricht Tony Jefferson Ist noch Okay Ich glaube mit dem Gehen wir auch Denn Gut wenn wir uns Jetzt ein bisschen Ich sag es mal In die Kacke hauen Wir kriegen das schon hin Für die Jahre Weil wir haben gute Draft Picks Die wir dann hätten Noch Right Guard Wäre auch noch Eine Möglichkeit Aber da gibt es Wirklich gar keinen Und noch der Right Tackle Aber da ist auch Nicht wirklich etwas Wo ich sage Da müssen wir Nachlegen Dann haben wir Jetzt die Free Agency Abgearbeitet Schauen uns mal Jetzt Die Mannschaft an sich An 79 War vorher die Defense Stark Und jetzt sind wir Schon auf einer 80 Hoch Drücken noch einmal Auf Generate Best Lineup Und Da tut sich das Ganze dann so hin Die All ein Eine absolute Katastrophe Dieses Jahr Ganz klar Dallas Godard Noch vor Zack Was die Thailand Angeht Also das Wage ich Zu bezweifeln Qualitativ Muss ich halt Ganz ehrlich Sagen Ist Immer noch Besser Als Godard So sieht Jetzt unsere Defense Aus Ist jetzt Auch nicht Das Allerstärkste Aber Wir haben uns Gut Verstärkt Mit Old Thomas Und auch Jefferson Auf den Außen Kiko Alonso Und Lee Ist ein Kleines Upgrade Kein Großes Aber Immerhin Etwas Und Dann Singleton In MLB Position Also Die Defense Ist Die Größte Schwachstelle Muss ich Ganz ehrlich Sagen Wenn ich Jetzt Einfach So Rüberschaue Über Das Team Was Die Eagles Mit Der O-Line Zusammen Haben Also Da Kam Dieses Jahr Echt Einiges Dazu Ich Würde Jetzt Sagen Dass Wir Wieder Die Preseason Überspringen Und Ich Melde Mich Wenn Es In der Offseason Ist Nicht Mehr Viel Passiert Wir Haben Nur Noch Unseren White Tackle Den Wir Vorher Hatten Mit Verletzung Verloren Und Mussten uns Tyler Merz Holen War Jetzt Nicht So Geil Aber Sonst Haben Wir Jetzt Nichts Mehr Großartiges Verloren Oder Dazu Gewonnen Und Die Chiefs Gewinnen Gegen Die Texans Ja Jetzt Geht's los Und Ich hab Das Playbook Geändert Ich Spiel Nicht Mit Dem Üblichen Eagles Playbook Sondern Wie Eigentlich So Häufig Mit Den Seattle Seahawks Playbook Und Da Haben Wir Die Key In Actives Gesehen Auf unserer Seite Das Sind Einige Die Dort Fehlen Und Das Ist Ein Fumble Direkt Der Fumble Und Slay Junior Mit Der Fumble Recovery Und Jetzt Kommt Das Erste Mal Carsten Wenz Aufs Feld Ja Ja Ich Habe Mich Dafür Entschieden Mit Wenz Zu Starten Und Das Machen Wir Auch Gleich Mal Und Der Ball Kommt Schon Mal An Bei Elson Jeffrey Für Sieben Yards Von Renz Und Das Season Goal Dieses Jahr Habe Ich Mir Gesetzt Vier Siege Das Sollten Wir Eigentlich Hinkriegen Miles Sanders Dritter Und Eins Jetzt Der Größte Angstfaktor Bei den Redskins Wie sie Ja Hießen Bei dem Football Team Ist Chase Young Vierter Und Inches Naja Wir Nehmen Erstmal Das Feedgold Wir Nehmen Nicht Das Feedgold Zu Früh Aufentaste Gehämmert Ah Das Ist Ärgerlich Das Müssen Wir Jetzt Konzentrieren Besser Machen Der Kommt Gut An Über Die Mitte Von Alex Smith Auch So Ein Ding Dieses Jahr Ja Eine Der Großen Geschichten In Dieser Saison Mit Alex Smith Endlich Wieder Auf dem Football Feld Und Der Lauf Ist Nicht So Stark Zweiter und Acht Jetzt Elektrienz Und Der Ist Durch Und Da Kann Auch Thomas Nichts Machen Komplett Frei McLaurin Und Das Ist Der Touchdown Für Washington Und Das Feet Oder Besser Gesagt Den PET Können Nicht Stoppen Damit 0 zu 7 Also Als Ob Es Den Fumble Aus dem Ersten Drive Nicht Gegeben Hat Aber Jetzt Sind Wir Nochmal Dran Und Ich Sag Es Mal Mit Ein Bisschen Besseren Spiel Auswahl Kommen Wir Hier Schon Nach Vorne Mit Den Igel Das Kriegen Wir Schon Hinten 28 Yards Per Return Und Los Geht's Und Schön Zu Erz 2 von 2 Für 11 Yards Von Carson Wenz So Und Der Soll Zu Deshaun Jackson Gehen Und Da Sind Wir Fast Drüber Dritter Und 1 Und Da Rennt Unser Fullback Zack Erz Natürlich Wer Kennt Die Nicht Den Fullback Erz Und Titan Erz Und Jetzt Haben Wir Ich Sag Es Mal Keine Schlechte Ausgangsposition Miles Sanders Über Links Lassen wir ihn Laufen Das Sieht Ein Bisschen Erfolgsversprechender Aus Es Sah Aber Auch Erfolgsversprechender Aus Der Lauf Mehr Ist Es Aber Auch Nicht Geblieben Dann Machen Wir Es Ganz Einfach So Da Kriegt Fullgram Ordentlich Ein Mit Dritter Und Drei Haben Wir Jetzt Und Da Sollten Wir Jetzt Eigentlich Das Neue First Down Kriegen Und Den hat Zaggertz Ganz Einfach Von Ihm Und Los geht's Der Ist Kompliet Aber Für Raumverlust Das Ist Natürlich Nicht So Geil Und Den Anjackson Und Er Lässt Ihn Fallen Dritter Und Elf Damit Und Da Kann Natürlich Jetzt Wenz Nichts Für Und Den Hat Elson Was Elson Jeffrey Oder Deshaun Jackson Müsste Jackson gewesen sein Oder Ja Deshaun Jackson Mit Den Eagles Habe Ich Mich Noch Nicht Ganz So Befasst Die Eagles Fans Saßen Wahrscheinlich Jetzt Vom Bildschirm Schon Und Haben Gesagt Ja Das Ist Er Du Noob Aber Ja Ich Bin Ein Noob Was Diese Franchise An So Schauen Wir Mal Wo Geht's Hin Für Uns Den Hat Junior Schön gemacht Zweiter Und 5 Und Los Geht's Sanders Aber Das Ist Fast Kein Raum Gewinn Dritter Und Vier Und Den Hat Weg Erz Aber Er Kommt Nicht Rüber Ärgerlich Aber Es Ist Schon Mal Ein Fortschritt Erster Und Goal Da Wird Sanders Ordentlich Weggauen Von Chase Young So Da Sind Wir Jetzt Wieder An Der Endzone Ran Und Wir Versuchen Es Mit Godard Und Den Hat Dennis Godard Touchdown Eagles 6 7 Und Jetzt Muss Der Pet Reingehen Und Dann Haben Was Ausgeglichen Zumindest Schon Mal Zur Halbzeit Und Wer Ist Drin 7 7 4 33 Das Sollten Wir Schaffen Das Sollten Mal Abwehren Sagen Wir Mal So Dass Da Nicht Mehr Daraus Passiert Und Und Das Ist Neues First Down Und Den Haben wir Früh gestoppt Von Kiko Alonso So Wir Nehmen Sing Und Das Gibt Es Nicht Also Die Szene Hat Gerade Nichts Glück Der Fehler Der 4 Eagles In Die Saison Geschrieben Also Wie Der Durchgekommen Ist Frage Ich Jetzt Gerade Empty Backfield Das Heißt Es Wird So Oder So Pass Und Nein Zu Früh Getackelt Mit Earl Thomas Und Das Ist Der Touchdown Logan Thomas 2 54 Und Jetzt Müssen Man Ordentlich Drive Inlegen Mit Um Vielleicht Noch Den Ausgleich Zu Schaffen In diesen 2 54 Also Ganz So Stark Bisher Sind Wir Nicht Aber Ich Sehe Das Potential Auf Jeden Fall In Dieser Mannschaft Und Den Hat Rager Schön Nach vorne Getragen Da Kriegen Wir Noch Einiges hin Und Den Alson Jeffrey Kurz Vom neuen First Down 2003 Los geht's Das Ist Sehr Gehörts Ordentliche Yards Von Unser Tide End Und Damit Haben Wir Die Two Minute Warning So Los geht's Junior Schön Nice First Down Und Dann werfen wir ihn lieber weg mit Wenz Und jetzt versuchen wir es auf elson jeffrey Das Es gibt einen ordentlichen Sack Dann sind wir bei dritten und 21 Und den hat Der Sean Jackson Aber nicht schlecht Nicht schlecht Wir versuchen jetzt nach links weil rechts haben wir zu wenig viel position und den hat mal Ein schönes Ding Und jetzt können wir das erste Timeout nehmen Links hatten wir einfach viel mehr Platz Diesen Spielzug auszubauen Und der kommt zum Glück auf den Boden an Und dann haben wir mehr Glück als alles andere So Malz denn das wird früh gestoppt Eieiei und der geht daneben Weit weit daneben Naja Wenigstens noch Punkte 10, 14 Und wir bekommen ja den Ball Also ganz so schlimm ist es jetzt nicht Man muss sich halt auch noch mal ein bisschen Erstmal dran gewöhnen Dass es ein anderes Spielstil Den Renz fährt Ganz klar Und den kriegen wir aber auch noch rein Im Laufe der Saison glaube ich Jetzt kommt Alex Smith aufs Feld Wir nehmen uns Miles hier Und das ist natürlich Also da kriegt der McLaurin Einen übelsten Hit ab Und bleibt einfach stehen Da kannst du dann natürlich auch als Verteidigung machen was du willst Wenn er so den Hit weg steckt Als ob du gar nicht da bist Und Slade Junior geht nicht rechtzeitig dran Der bleibt da aber stehen und guckt sich dem Offense Spieler an Das ist natürlich auch ärgerlich sowas Und jetzt 11 Sekunden First in 10 Und das könnte Field Goat Range sein Und das ist nicht nur Field Goat Range Das ist Touchdown McLaurin Ah ärgerlich Und damit müssen wir schon aufpassen Wenn wir das Spiel wirklich drehen möchten Aber das kriegen wir glaube ich noch hin zum Beginn der zweiten Halbzeit Und 3 Sekunden haben wir jetzt noch Dann machen wir jetzt noch Machen wir noch so einen kleinen Screen Pass Und dann gehen wir in der Pause So Ich lasse euch mal kurz mit der Halbzeitpause alleine Und melde mich gleich wieder So we reach halftime here on opening weekend As we'll send you down the coast now to Orlando That's where we find Jonathan Coachman ready with our EA Sports halftime report Coach All right Brandon thanks very much and welcome back to football everybody we've got a full slate of 16 games here to start the new season so let's Let's take our first trip around the NFL We get things started with a good one in the NFC Seattle traveling down south to take on Atlanta at Mercedes Benz Stadium And it's the Seahawks and it's the Seahawks who are out in front in the second quarter Russell Wilson has thrown a touchdown pass From there we head north to Minnesota check on the Vikings at home at US Bank Stadium And they trail that one over the visiting Green Bay Packers Aaron Rodgers with two touchdown passes Lastly we head to Gillette Stadium in Foxborough to check on the Patriots And right now they have the lead over the visiting Dolphins Dante Moncrief A touchdown reception In the game you're watching has been the veteran Alex Smith with the strong first half His three touchdown passes have his guys out in front As we hand things back over to Brandon Godden and Charles Davis And there we are now Zum Beginn Der zweiten Halbzeit 10,21 Aktuell für Washington Das Spiel fing ja gut an Und da müssen wir anknüpfen Und weitermachen Wenn wir das hinkriegen Dann sollte es gar nicht mal so schlecht für uns aussehen Und der kommt nicht an Mit der Speise von Jackson Und mal sehen das auch kein Nicht viele Yards hier Das war nix Den an Jackson zum Glück Und das ist ein First Down Aktuell Also das Problem Aktuell sehe ich halt definitiv in der O-Line Und dadurch kriegen wir das Laufspiel gerade nicht rein Und das ist halt extrem wichtig Wir geben natürlich Miles Sanders immer wieder die Chance Denn wenn wir ihm nicht die Chance geben würden Kann sich das Laufspiel auch nicht entfalten Los geht's Und das ist Elson Jeffrey Der den Ball rüber trägt Den Lauf machen wir mal über links Mit Miles Sanders Und das ist Ein Yard Den wir da haben Und der Jet Sweep funktioniert aber gut Über Elson Jeffrey Also wenn die Wide Receiver besser laufen Als der eigentliche Running Back Dann weiß man schon Wie die Qualität aktuell gerade ist Auf der Running Back Position Wie viel die machen darf hier heute Nicht viel Aber jetzt kommt Miles Sanders mit dem Erhofften Starken Lauf Und neues First Down Und 20 Yards drauf Einfach mal so Mit einem Lauf Von 4 Yards positiv Auf 24 Aber wie gesagt Wir dürfen es nicht vergessen Das Laufspiel Denn ohne das Kann es einfach nicht klappen Wenn wir das rauslassen Dann sind wir hier verloren Und Earth hat ihn Zweiter Und 4 Und das ist Earth Mit dem neuen First Down Für uns Jetzt versuchen wir mit Miles Sanders wieder über links rüber zu kommen Ah und da haben sie uns Weil Earth auch als Vorblocker nicht komplett durchkommt Und 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 Godard geht nicht hoch Ich muss jetzt gucken was Und der kommt nicht an Und damit sind wir beim 4. No-Goal und da nehmen wir natürlich das 4. Goal, um erstmal ranzukommen. Und der ist drinnen. Und jetzt brauchen wir einen Stopp und am besten vielleicht sogar direkt antworten mit einem Touchdown. 17, 14 und ein Seattle gegen Falcons. Oh, ein schönes Ergebnis. Wir gucken mal, was uns zu unserer Defense-Coordinator hier vorschlägt. Wir nehmen mal uns Fletcher Cox, um ein bisschen Druck durch die Mitte zu machen. Ja, und das ist Ruffing the Passer mit Cox, natürlich. Ja. No. No. Doch, Fletcher Cox, das war. Ein Ruffing. The Passer. Aber man kann auf jeden Fall aufbauen. Man merkt natürlich, dass viel fehlt. Der geht zu Gibson, 2. und 8. Also wir werden jetzt mal versuchen, ein bisschen mit Fletcher Cox so ein bisschen Druck durch die Mitte zu machen, damit Alex Smith nicht so viel Zeit hat. Da können wir auch mit Fletcher Cox gleich mal Gibson stoppen. Und hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Stopp hinbekommen. Und da haben wir ihn mit Maddox. Und das ist 4. und 1. Schöner Einsatz von Maddox. Da nehmen wir uns Jefferson. Ah, und da sind sie drüber. Da sind sie drüber. Ärgerlich. Und damit ist das dritte Quarter auch rum. Und wir sind im Letzten. Nehmen wir uns Singleton. Und da verpassen wir das Tackle mit Singleton. Aber zum Glück ist Fletcher Cox da. Und das sind halt so diese, gerade die Minuten, die wir brauchen, wo wir eigentlich jetzt den Turnover gebräuchten. Und das ist das neue First Down. Slade Junior kann ihn nicht stoppen. Und jetzt so langsam können wir das Spiel schon mal abhacken. Wenn wir jetzt hier nicht endlich den langersehnten Stopp haben. Simms mit dem Catch. Jetzt versuchen wir es mal mit einem, mit sehr viel Druck. Und Geiss wird hier aufgehalten. Dritter und 1. Und jetzt versuchen wir es wirklich komplett mit der Defensive. Und der kommt nicht an. Und das gibt nur ein Field Gold und die Chance ist... Ne, sie gehen für. Sie gehen für. Und das gibt es nicht. Und wieder ein First Down. Und irgendwie will es dieses Spiel nicht funktionieren. Und da können wir ihn wenigstens noch mal von der Endzone abhalten. Nehmen mal das erste Time Out. Mit der Hoffnung, ein bisschen mehr Zeit zu haben. Aber das ist der Touchdown. Und das war es dann auch eigentlich schon in diesem ersten Spiel. Die Chance, dass wir jetzt noch gewinnen, ist gegen 0. 28-13. Ärgerlich. Also, das größte Problem jetzt aktuell war gerade in... Also in diesem ersten Spiel, muss ich sagen, ist unsere Chancenverwertung. Wir marschieren übers Feld, aber dann kurz vor der Endzone auch... Ja, vielleicht auch die falsche Spielzug-Auswahl. Und dann kommt man da nicht rein. Denn ich muss sagen, Renz, so an sich, gar nicht schlechtes Spiel. Aktuell, aber wir haben auch das Laufspiel nicht reingekommen. Was dann auch, ich sag's mal, dazu geführt hat, dass wir sehr berechenbar wurden, wenn wir Pässe machen und und und. Jetzt gerade solche Dinger... Das sind jetzt natürlich Glücksdinger, klar. Aber ohne ein funktionierendes Laufspiel wird das nix. Und das, das meine ich. So, solche Dinger... Wir hatten einen Lauf über 20 Yards, der war auch gut. Aber das ist halt ein einziger Lauf. Von allen, die Miles Sanders hatte, war es halt ein Lauf, der über 20 ging. Und den Rest hat er sich ermogelt. Mehr oder weniger. Und dann ist man halt wieder gezwungen, zu passen. Und das weiß die Defense irgendwann natürlich auch. Dass sie jetzt in den Pass kommen muss. Und dann ist man halt schnell wieder raus, ne? Und das ist schon Jackson... ...out of bounds. Ist ein neues First Down. Aber es ist halt zu spät, muss ich sagen. Und das ist mal wieder ein guter Lauf von Miles Sanders. Das ist 13 Läufe, 33 Yards. Und das ist halt das, was ich meine. Keine guten Zahlen. Definitiv nicht. Also, Super Bowl Champion wirst du mit den aktuellen Zahlen nicht... Das ist schon eher so ein Pass. Und jetzt müssen wir einfach mal versuchen, in die Endzone zu kommen. Wie auch immer. Und das ist die Interception, die es nicht gebraucht hat. mit von Haha Clinton Dix... ...im Tackle geworfen. Und das ist halt... Die Interception war unnötig, denn... ...bis dahin war es halt kein schlechtes Spiel von Rance. Das war einfach nur falsch geworfen. Und dann... ...haben wir es jetzt. Nehmen wir das letzte Time Out. Kurz vor der Two Minute Warning. Damit war das Spiel hier halt gleich... ...nach der Two Minute Warning... ...die... ...das Football Team... ...das Ding einfach hier beenden kann und fertig. So, jetzt haben wir noch... ...zwei und... ...nehmen wir noch hier schnell eine Verteidigung. Two Minute Warning. ...28 zu 13... ...wird dann der Endstand hier sein. Ne, Washington will noch mal... ...das First Down kriegen. Stimmt, sie müssen das First Down sogar kriegen. Und da ist Maddox... ...endlich mit dem Stopp. Und... ...das war's. Victory Formation... ...für Alex Smith. Und das Ding... ...ist durch. Und wir... ...müssen... ...zur nächsten Woche arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und... ...wer weiß, vielleicht... ...kann ich mit Rance... ...doch nicht spielen. Also vielleicht ist Rance doch nicht der Quarterback... ...ähm... ...mit dem... ...also vom Quarterback-Typen her... ...der mit dem ich spielen kann. Aber... ...wir werden es in den nächsten Wochen herausfinden. Und darum halt... ...auch nur... ...ääh... 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 ...das Ziel 4 Siege. Und... ...damit... ...war's das jetzt... ...ääh... ...endgültig... ...letztes... ...Neil... ...nicht mal. Und der Sieg... ...geht ans Washington Football Team. Und wir starten wie in der Realität... ...mit einer Niederlage gegen Washington in die Saison. Und jetzt ist die Frage... ...kriegen wir es... ...hin... ...es zu ändern... ...und wieder auf die Erfolgsspur zurückzukommen... ...oder... ...bleiben wir dort... ...wo dieses Spiel lief... ...den... ...und das ist halt halt... ...47 Wash Yards... ...eins der härtesten... ...ärgerlich. Und gegen die Rams nächste Woche wird es halt... ...puh... ...und das ist halt auch das Rams... ...ein Touchdown-Pass... ...Alex Smith... ...vier Touchdown-Pässe... ...und das müssen wir ändern... ...das kriegen wir aber auch... ...glaub ich hin... ...und ich finde es auch irgendwo gut... ...dass es nicht sofort... ...perfekt läuft... ...den... ...dann... ...hätte ich diese... ...Franchise nicht starten müssen. Greg Ward Jr. kriegt jetzt noch ein Upgrade... ...warum jetzt... ...Jalon Rager nicht gespielt hat... ...äh... ...fragt mich nicht. Eigentlich ist er unser drittbester Receiver... ...glaub ich... ...vom der heute nicht auf dem Feld stand... ...Jalon Rager... ...ähm... ...weiß ich auch nicht... ...weil ich glaube... ...injury hat er nicht angezeigt... ...ne... ...und er stand für 31 Snaps drauf... ...aber das waren halt immer nur... ...so... ...ne... ...ne... ...jetzt ist... ...weil Ward... ...aha... ...und das ändern wir mal wieder... ...da tun wir mal... ...Rager doch wieder auf die 3... ...es gefällt mir dann doch noch mal ein bisschen besser... ...und ich glaube... ...was wir auch ändern... ...zur nächsten Woche zumindest... ...ist ganz klar... ...ähm... ...Godad... ...tauschen wir mit... ...äh... ...okay... ...ich kann ihn nicht auf 1 sitzen... ...das ist auch interessant... ...machen wir Clement hier hin... ...und können wir jetzt... ...ja... ...so... ...dann machen wir das mal so... ...weil das... ...gefällt mir... ...persönlich... ...ein bisschen besser... ...und können auch als... ...Fullback dann... ...Ragers... ...verwenden... ...und damit... ...gehen wir eine Woche vor... ...das Ziel... ...Washington zu besiegen... ...haben wir nicht erfüllt... ...und damit gibt es auch keine extra... ...XP... ...für unsere Offensive Line... ...und da wird uns vor... ...Jelaine Ramsey... ...gewarnt... ...wir... ...machen noch mal das Training... ...das haben wir hiermit... ...jetzt... ...erledigt... ...oder auch nicht... ...doch haben wir erledigt... ...und... ...die Frage... ...die ich mir halt stelle... ...jetzt ist... ...ähm... ...was machen wir... ...wenn der... ...wenn irgendwann hier... ...nicht Jelen Rager... ...Acega Whiteside... ...und Co... ...stehen... ...sondern... ...wenn dort dann... ...Jelaine Hurts steht... ...ein Upgrade bekommt... ...und damit besser ist... ...als Renz... ...das sind dann halt... ...so Fragen... ...die ich mir stelle... ...aber... ...aktuell... ...kommen die nicht auf... ...Robbie Coleman... ...können wir hier jetzt auch nochmal... ...unser... ... Cornerback... ...upgraden... ...auf eine 79... ...aber da müssen wir dann halt gucken... ...und äh... ...der Start auf jeden Fall... ...in die Division... ...ist äh... ...wie in echt... ...uns gelungen... ...nicht... ...das einzige Team... ...was gewonnen hat... ...war das Football-Team... ...Cowboys verloren... ...Giants verloren... ...und die Eagles... ...also wir... ...verloren... ...und jetzt heißt es... ...in den nächsten Wochen... ...ranhalten... ...ähm... ...schauen... ...klarkommen... ...verstehen... ...diese Mannschaft... ...und... ...definitiv das Laufspiel... ...mehr in... ...mehr reinbekommen... ...und... ...vielleicht gucke ich auch noch mal... ...wie das mit dem Eagles-Playbook aussieht... ...was wir da so machen können... ...ob ich das besser verstehen... ...muss... ...oder ob wir weiterhin mit dem Seahawks-Playbook... ...offensiv handeln... ...ähm... ...das werden wir schauen... ...ich sage auf jeden Fall schon mal... ...Dankeschön fürs Zuschauen... ...im ersten Part... ...hier... ...von der neuen Franchise... ...mit den Philadelphia... ...Eagles... ...ähm... ...unser Salary... ...damit ihr das auch noch mal wisst... ...wie es... ...vielleicht weitergehen kann... ...sieht aktuell so aus... ...sollten wir keine Probleme haben... ...ähm... ...auch Spieler zu verlängern... ...und und und... ...und... ...ich glaube das kriegen wir hin... ...das sollte nicht das Problem sein... ...und dann... ...bedanke ich mich erstmal... ...fürs Zuschauen... ...und wie gesagt... ...wir... ...sehen uns... ...und hören uns... ...in der nächsten Woche wieder... ...wenn es heißt... ...Philadelphia Eagles... ...gegen L.A. Rams... ...und das erste... ...Heimspiel für uns... ...in... ...Lincoln Financial Field... ...in Philly... ...bis dahin... ...schönen Sonntag noch... ...tschau... ...und...